Oh mein Gott, er ist nackig! Ich geh weg! Oh nein, Hilfe! Er ist nackt und sexy! Ah, nein! Scheiße! Oh shit, die Musik... Ah, scheiße! Oh Mann, Leute, warum schreck ich mich wegen so einer Kacke? Hallo, meine lieben Knus und willkommen zu einem neuen Vierfahrt Friday Horror Game. Und ich suche mir ja immer Horror Games aus oder schaue, was ihr in die Kommentare schreibt. Und da bin ich über The Hamburger Man, also der Hamburger Mann, gestolpert und dachte mir, okay, das soll ein Horror Game sein. Scheinbar ja. Deswegen dachte ich mir, okay, das probieren wir mal aus und ich würde sagen, wir labern gar nicht lang drum rum, beziehungsweise ich. Und wir starten direkt mal. Collect all eight hamburgers. Okay, mich erinnert das irgendwie schon sehr stark. Oh, da ist ja einer. Oh shit, mich erinnert das doch wirklich schon sehr stark. An Slenderman. Ah, da ist er ja! Und er ist nackt! What the fuck? Was war das? Oh nein. Hamburger Mann. Hamburger Mann. Er ist nackt. Er ist nackt, Leute. Er ist verdammt nochmal nackt. Verdammte Scheiße, wo ist er? Hamburger Mann! Oh mein Gott, er ist nackt! Ich geh weg! Oh nein, Hilfe! Er ist nackt und sexy! Oh mein Gott, er hat einen Hamburger in der Hand und das bedeutet nichts Gutes. What the fuck? Wer entwicklert solche Spiele? Scheiße, Leute. Oh Gott, oh Gott. Fuck in der Sackgasse. Nein, Hamburger Mann! Nein! Nein! Hamburger Mann. Und er ist nackt und durchtrainiert. Das macht überhaupt keinen Sinn. Es wäre doch viel lustiger, wenn er wirklich voluminös wäre oder sowas. Ein bisschen mehr Fülle. Man muss eigentlich voll aufpassen, wenn man zu schnell rennt. Scheiße, wenn mein Herz schlägt, dann kommt der... Oh fuck, ich stecke fest. Oh fuck! Hoffentlich rennt der nicht auf mich zu. Oh, das ist schon eklig gemacht, muss ich sagen. Also er kann echt... Von jeder Ecke kann er kommen. Und da ist der Exit. Oh Gott, das muss ich dann auch noch finden, oder was? Ja, genau. Wenn es sonst nichts ist, ist ja kein Problem. Ich weiß nicht, ob er hier in jeder Ecke kann er auf mich zu gerannt kommen. Das ist schon uncool gemacht, muss ich sagen. Also so ein kleiner Reiz ist schon... Oh Gott, muss ich jetzt auch noch hier reingucken, oder was? Oh fuck it, Leute. Oh, da ist ernsthaft einer drin. Oh shit. Also die machen es einem aber echt nicht leicht. Oh shit, hoffentlich kommt der jetzt nicht! Oh mein Gott, Hamburger Mann, bitte lass mich in Ruhe. Hamburger Mann. Da war er gerade drin, oder? Hamburger Mann. Da war gerade irgendein Radio, oder sowas. Aber ich habe jetzt keine Zeit, da reinzugehen. Hamburger Mann. Mich macht es unruhig, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Und das erinnert mich doch tatsächlich sehr stark an Slenderman. Dieses verdammte Spiel. Ich glaube mal hier lang. Keine Ahnung, wo man die Hamburger alle findet. Hier ist schon wieder Exit. Betten jetzt finde ich die ganze Zeit Exit, nachher finde ich es wieder nicht. Keine Ahnung, wo Hamburger Mann ist. Hier ist dieses komische Radio-Dings. Hier war doch irgendwas drin. Da. Okay, ist mir egal. Scheiße, Hamburger Mann, bitte komm jetzt nicht um die Ecke. Ich hasse so eine Scheiße. Hamburger Mann. Ich darf mich nicht wegen einem Hamburger Mann erschrecken. Ah, da ist er. Ja, Scheiße. Hamburger Mann, er hat einen Hamburger in der Hand. Aber er joggt so und nett. Ich finde keine anderen Hamburger mehr. Jetzt weiß ich wenigstens, dass er hinter mir ist. Ich hoffe, er nimmt keine Sackgasse. Der Sack. Was, hier gibt es ja voll viel Scheiße. Oh, shit, jetzt kommt er gleich. Leute, jetzt hat er mich gleich. Oh, fuck, Hamburger Mann, nein. Er ist nackt. Hamburger Mann. Irgendwie erinnert er mich an Ark. Ich komme nicht mehr raus, verdammt. Und er wird immer schneller. Hamburger Mann, lass mich. Gott, oh Gott, oh Gott. Also, es ist schon... Hätten sie ein gruseliges Monster gemacht, okay. Aber Hamburger Mann ist halt echt überhaupt nicht gruselig. Der ist fast schon ein bisschen sexy. Obwohl, nee, zu viele Muskeln sind auch unschön. Also, hier war ich schon. Mein Auge tut weh. Ah, nein. Scheiße. Nein, nur weil ich mit dem Auge rumpopeln musste, Mann. Und dafür kriege ich echt die acht Stück, Leute. Das wäre doch echt der legendäre Shit. Aufpassen, dass er jetzt nicht irgendwo hier reinkommt. Okay, hier war nichts. Fuck it. Oh, das kann jetzt ganz böse enden, wenn er hier irgendwo angeschissen kommt. Da ist noch ein Hamburger. Oh, fuck. Shit, 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 shit. Oh, shit, die Musik... Ah, Scheiße. Oh, Mann, Leute, warum erschrecke ich mich wegen so einer Kacke? Er will mir nur seinen Hamburger geben. Und ich möchte ihn aber nicht annehmen. Hier muss irgendwo noch ein Hamburger sein. Scheiße, hier war keiner. Jetzt holt er mich ein. Hamburger, man. Okay, ich habe sechs, ich habe sechs. Ich habe nicht sechs, ich habe sechs Hamburger und nicht sechs. Ich habe sechs Hamburger. Oh, shit, Leute, jetzt wird er böse. Oh, shit. Hört ihr die Musik? Hört ihr die Musik? Oh, jetzt wird es ernst. Äh, 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 jetzt wird es ernst. Jetzt wird er richtig böse. Und ich weiß nicht, von welcher Ecke er kommt. Oh, shit, das exit. Oh, das kann mich jetzt den Tod kosten. Eine kleine falsche Bewegung kann mich jetzt wirklich den Tod kosten. Es ist sehr, sehr spannend. Die Musik hat sich dramatisch verändert. Hamburger, man, kann direkt von jeder Ecke kommen. Und dann war es das nämlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Orientierung verloren. Ich möchte nur meine Hamburger haben. Friday with hamburgers. Bitte lass mich jetzt nicht in eine scheiß Sackgasse laufen. Das war sehr dramatisch. Vielleicht kann ich ihn nochmal hierher locken. Oh, da ist er ja direkt. Okay, er ist mir ganz klein. Genau, da hole ich noch schnell den und den. Und dann, scheiße. Oh, fuck, da ist er schon. Piss dich bitte. Oh mein Gott. So, dann sind wir wieder hier. Dann ist da vorne das Exit. Vielleicht sollte ich aber doch zuerst die beiden Treppen holen, weil das könnte jetzt gleich übel werden. Shit, Leute, das wird jetzt gleich richtig bösartig. Weil jetzt ist er schon am Ragen. Shit, 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 shit. Oh nein, ich brauche nur noch einen Burger und der ist oben. Oh mein Gott, Leute, ich werde es vielleicht schaffen. Scheiße, scheiße, bitte. Bitte. Oh Leute, das wird jetzt richtig heftig. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Hier ist gleich der Burger irgendwo drin. Oh, hier ist der drin. Scheiße, jetzt bin ich tot. Oh, fuck. Oh, shit, oh, shit. Jetzt darf ich keinen Fehler mehr machen, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. OMG. Schnell zum Exit. Schnell zum Exit. Schnell zum Scheiß-Exit. Ich weiß nicht, wie ich rauskomme. Ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Keinen Fehler machen. Lauf. Wo ist der Exit? Scheiße, wo ist der Exit? Wo ist der Exit? Fuck it, wo? Ich weiß nicht, wo der Exit ist. Da ist der Exit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. OMG. Motherfucker. Ja. Hamburgerman. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab Hamburgerman bezwungen. Ich hab Hamburgerman bezwungen. Ich hab Hamburgerman bezwungen. Oh Gott, Leute. Also, ein gestörtes Spiel. Tut mir leid, dass ich das ausgesucht habe. Ich hab mich so oft erschrocken, weil irgendwann ist man so drin in dem Spiel. Wenn ihr coole Spielempfindungen habt, die nicht länger gehen als eine Stunde, empfehlt sie mir. Schreibt sie bitte in die Kommentare. Und die Person, bei der ich mich mehr als sechsmal erschrecke, das sind ja immer diese vier Fart-Fridays, die ihr hört, wo ich abmache, der bekommt eine Horrorbox von mir geschickt. Also, bemüht euch, sucht euch coole Spiele raus, schickt sie mir und ich teste sie. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos. Ich sag wie immer, wenn es euch gefallen hat, Hüffchen nach oben. Und ich sag wie immer, Ade mit E. Vache. Und ich geh jetzt erstmal ein Hamburger essen. Untertitelung des ZDF, 2020